Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 8 von AI War, das es ihm vorgestellt ist. Und wir haben hier Murdoch, wir haben Leheston und wir haben Soltau und natürlich unseren Startplanet Malchow. Und wir müssen jetzt nur noch eine Linie verteidigen, zur Röta. Und wir haben hier natürlich die 70, Total IPA und 17 IP Reduction. Und das sieht so aus, dass hier einiges beschrieben steht, dass man da warten muss vielleicht, dass es dann runter geht. Und jetzt sind wir aber schon in einem Bereich, wo die KI uns sozusagen erkennt und uns auch Gegenwehr schickt sozusagen. Das ist jetzt nicht so einfach. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns da jetzt aufstellen, damit wir da weiterkommen. Okay, dann würde ich aber sagen, nach dem Intro machen wir mal die Pause raus und gucken uns das Ganze von nah an an. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Hier ist jetzt Murdoch. Das ist unsere Schleuse, glaube ich. Wie komme ich da hin? Auf jeden Fall hier. Und wir müssen dann mal gucken, wo ist dieses Rote? Da unten ist das. Okay. Also wir haben jetzt alles, was wir haben an Leuten wohl hier. Wir können ja mal gerade noch, bevor wir weitermachen, da nochmal reingucken. Hier haben wir ein Human Home Command Station. Ach, das ist ja Murdoch. Das ist ja unsere Heimat. Hier sind dann Metall Harvester. Und hier sind Baueinheiten. Und das ist ja eine Verteidigungslinie, glaube ich, ne? Ja, Park Turret. Also wenn da einer durchbricht, dann haben wir ein Problem. Dann ist, gehen wir erst die hintere Staffel ab, oder? Äh, der Hester oder so ähnlich. Hier. Okay. Selected Chip and... Warte mal, was ist das hier für ein Logistical Command? Okay. Ja, aber hier können wir wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Hier ist es auch alles schon unsers, auf jeden Fall. So, da haben wir hier noch Soltau. Und wir sind in Soltau. Da gibt es zwei Ausgänge, halt hier nach Murdoch und nach Lehester. Und hier hatten wir letztes Mal Orchid 1 auf As-Ride. Der ist während des Abspanns, also wo ich euch auf Wiedersehen gesagt habe, ist das hier noch eingenommen worden. Und das wird jetzt auch gerade grün. Und ich habe Selected Chips and Affleats. Ich habe kein Blassen Schimmer, wofür das gut ist. Grün der Hektor, 100% der Hektor Tiger Toll, okay. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber wofür ist es gut. Das baut alles erst noch hier auf. Da sind noch die roten Dinge jetzt hier runter. Das wird hier auch unsere Forschungspunkte hier alles besser machen. Und jetzt sage ich mal ganz einfach, lass uns mal schauen, dass wir starten. Und Tech ist natürlich hier. Ich würde jetzt allerdings auch schon tatsächlich hier hinspringen wollen. Weil hier ist unsere Angriffswellen, die hier reinkommen. Und hier müssen wir noch gucken, was wir hier so machen können, damit wir das Logistical Command haben wir schon hier. Okay, da kommen gerade glaube ich wieder welche durch, oder? Ja, das ist reichlich, was wir hier jetzt stehen haben. Was wir natürlich hier haben, ist jetzt die Frage, was ist das? Tourate Schematic Server auf Full Assembly. Und das war Advanced Reserve Station. Und wir müssten durch Hacks versuchen da dran zu kommen, oder wie ist das? Tja. Tja. Aha. Der hat uns nochmal sieben gegeben, weil wir jetzt dieses eben hatten, dieses Orchid. Das haben wir jetzt wohl ganz eingenommen und dadurch ist das hier noch schlechter geworden. Und hier können wir jetzt noch Klamotten rausziehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Steuerung Alt. To see. Okay, Soltao ist durch. Ich weiß jetzt nicht, was diese Teile sind und was ich damit tun kann. Auf jeden Fall ist der Böse auf uns. Da brauchen wir wohl nicht drüber nachdenken. Grenade, Launcher, Turret, Plasma Turret, Fusion Turret, Beam Cannon. Dann, also wenn, dann würde ich diese müssen Single Hacker und dann können wir das machen. Okay, jetzt kommt hier wieder eine Welle rein. Aber das werden wir hier abstoßen, da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen, aber irgendwie muss ich das mit dem Hacken hier noch rausfinden, was ich da anklicken muss, welches Schiff und so. Kann ich das jetzt? Okay, alles klar, er macht das jetzt. Transport Flagship ist das. Das macht gerade den Auftrag. Der Hack läuft noch vier Sekunden. Drei, zwei, eins, null. Also, ja, da kommen aber schon welche angeflogenen und erledigen unsere Arbeit. Können wir noch ein bisschen was schneller machen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt kommen noch ein paar mehr, aber es passt schon. Die werden jetzt wahrscheinlich ausgelöscht. Wer schoss denn? Ach so, da ist auch noch einer. Mal sehen, wie die 77 gleich noch sind. Aber ich schätze mal, das geht vielleicht sogar noch mal ein bisschen höher, ne? Okay, der war schon erledigt. War der schon immer so hier? Jetzt kommt da eine Bälle. Die wir aber wahrscheinlich locker abwehren können. Den stellen wir mal noch hier hin. Was macht er hier? Plus 70. Lässt er sich reparieren? Oder ne, der fliegt zurück wahrscheinlich. So, was haben wir jetzt hier? Okay, wir fliegen mal mit dem auch näher ran. Ja, da ist jetzt die Frage, was kannst du da noch tun, ne? Hier haben wir dieses Schiff noch. Hacks. Okay, wer macht's? Hacking underway. Was sind denn das hier für Schiffe? Ich hoffe, unsere. Dann nehmen wir mal ein paar zur Hilfe hier, oder? Wir sind doch bei 77. Das ist ja schon mal gut, ne? Hier geht auch noch was. Also Nachschub kommt da hin. Hier ist noch genug. Wollen wir eigentlich noch keine Angst haben, oder? Hier kommt immer mal wer raus, oder wie sehe ich das? Okay, die werden jetzt aber angegriffen, ne? Werden wieder zurückgeschmissen. Also dieses Ding, was hier war, ist jetzt nicht mehr da, oder? Ich weiß nicht, das sieht jetzt gerade nicht so doll aus, ne, oder? Die haben hier so ein bisschen Übermacht gekriegt. Vielleicht sollten wir mal hier so ein paar mitnehmen und da mal reinhalten. Vielleicht ist das besser. Ja, da waren doch ein paar mehr hier, ne? Wir sind hier noch bei 77. Das ist schon mal gut, ne? Wir müssen mal näher ran, ne, damit die auch kämpfen. Zweite Welle, oder wie sehe ich das? Ne, ne? Aber da ist jetzt nichts, was von Bedeutung ist für uns. Aber das sind jetzt hier gerade schon ein paar harte Sachen, oder? Ja. Gehen die denn auch kaputt? Gute Frage, ne? Aber jetzt werden sie weniger. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich geschafft. Was mit denen hier? Wollen wir die jetzt hier fliegen lassen, oder? Oder sind das unsere? Ich weiß nicht, was das hier ist. Jetzt kommen sie, oder? Okay. Fliegen wir mal hier hin. Sind das Leute von uns? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier den Punkt noch, aber der andere ist noch nicht mehr da. Steal turret line, steal turret line, and create logistical CMDR Recon. Beam cannon. Ja. Ich stelle mir gerade die Frage, was ist hier? Ich würde das mal nehmen, ne? da passiert gerade nichts. Irgendwie geht's nicht, oder? Ja, sieht nicht so aus, dass wir da gerade eine Chance haben, aber wir haben wahrscheinlich keine Hacking Points, ne? Hacks, 30, 600, alles klar. Und da ist gerade eine Truppe gekommen, die sofort hier an den Rand ausweicht. Also, die fliegen schon immer schnell da hin, irgendwie, ne? Keine Ahnung, was das Ziel ist. Okay. Also, den müssen wir da erstmal noch neutralisieren, in irgendeiner Form. Wir haben aber nur 24 Points. Hacking, äh, Purpose, ne? All, äh, Spending, Purpose, ne? Hacking Points spent against this Fiction. Hacking on this icon will show a detailed history for all making you done, okay? Naja, das haben wir alles gemacht, ist klar. Aber da ist noch was drin, da sozusagen, da müssen wir noch was... Da müssen wir noch was rausholen, ne? Ich stelle mir gerade die Frage, ob es Sinn macht, mal da vorbeizuschauen. Okay. Also, runter geht da ja noch nix, ne? Also, da oben ist nix mehr. Das hier sind irgendwelche gepanzerten Fahrzeuge. Polsatank. Pike Corvette. Da gibt's so ein paar Metal Harvester. Da sehen wir, was wir haben, was die anderen haben. Okay. Wenn wir dem das jetzt auch noch wegnehmen, ne? Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so praktisch, oder? Da kommt wieder eine Welle Richtung Murdoch dann. IE Command Station. Das ist hier alles, glaube ich, nicht geclaimed, also nicht eingenommen. Hm. Wo fliegen die hin? Oh, da ist jetzt 82 passiert. Jetzt haben wir 97. Also, jetzt wird er wahrscheinlich böse werden. Ja, komm, den können wir auch noch leider mal kaputt machen dann. Also, wir sind hier schon wieder fast durch, ne? Der Pulsatank, der ist schon durch. Und am Guardpost. Wir haben noch die 97 hier. Kurz gucken, dass wir hier den Warden Fleet Base noch wegmachen. So, der ist jetzt gleich hin. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Geht da auch noch was weg? Ich glaube nicht. Aber hier ist dann auch wieder so eine Stelle, wo da und da ein Eingang ist. Ist dann schon wieder schwerer zu verteidigen, ne? Okay, den können wir auch noch kaputt machen, wenn... Da kommen jetzt irgendwelche nach. Er hat immer noch 97. Das wird gleich nochmal steigen, denke ich. Weil jetzt ist hier nichts mehr in diesem Sektor, ne? So. Jetzt würde ich die erstmal da einstellen. Lass uns mal gerade da zurückgehen. Ich würde jetzt die mal alle mit einer Röter schicken, ne? Weil, ob wir jetzt da stehen oder hier stehen, ist, glaube ich, das gleiche in grün, ne? Wo fliegen die hin? Outcard-Beacon. Ich glaube, wir müssten jetzt hier mal was bauen. Logistical Command. Dann können wir das hier vielleicht einnehmen, oder? Dann wird er aber noch böser werden. Aber naja, wir müssen mal ein bisschen was sehen hier, oder? Jetzt kommen da gleich wieder so ein paar Baudinger raus, glaube ich. Und er nimmt schon das erste ein. Und jetzt kriegen wir hier die Punkte. Gehen wir mal gerade zurück nach Mordok. Jetzt können wir den ja irgendwie hacken, ne? Was haben wir denn da? 60 Punkte. Still turret line for all. Wir haben jetzt gerade hier keine Einheiten. Kann das sein? Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, dass wir das gemacht haben. Ach, doch, so ein paar sind noch da. Also ein paar mehr, ne? Ich weiß nicht, ob wir da mit unseren Einheiten auskommen. Ich glaube, wir gehen mal gerade nach Röther und holen noch ein paar zurück hier. Äh, ja, wir kommen mal gerade hier hoch noch. Obwohl die das doch tatsächlich wahrscheinlich alle geschafft hätten, ne? Und der ist kaputt. Und die? Ja, hier, den haben wir immer noch nicht eingenommen, ne? Okay, die müssen jetzt mal gleich fertig sein. Das ist weg. Ach so, das waren die jetzt gerade, ne? Okay, ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit, wer ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.